Ich bin Juan David, ich bin de Kolumbia. Ich bin Bela und ich komme aus Wiesbaden in Deutschland. Ich bin aus Afghanistan und Pakistan. Ich bin Italiener. Ich bin aus Rumänien. Ich komme aus Berlin. Ich bin aus St. Pauli. Ich bin aus China, Shanghai. Ich bin aus Burkina Faso. Ich bin aus Frankreich. Ich bin aus China. Ich bin aus China. Ich bin aus China. Ich bin aus China. Es ist ein Grupp von Menschen, die sehr ambitiert sind, aber voll von Freude. Ein verrückter Hotspotch-Mix von verschiedenen Studenten und Staffen von all over the world. Ich denke, dass alle, die hierher kommen, die die Common Objektivität haben, um diese Welt zu machen, ein besserer Ort zu machen. Bringing Leute zusammen in dieser Raum, das wirklich teilt euch Toleranz. Und es teilt euch, über lernen, zu co-exist zusammen, mit dem Ziel zu erreichen, mit dem Ziel zu erreichen, mit dem Ziel zu erreichen, mit dem Ziel zu erreichen. Ich habe so viel Spaß. Ich denke, es ist wirklich ein Spontaneuer Ort. Ich habe Freunde, und ich denke, sie sind meine Leben lang Freunde. Und es fühlt mich mit viel Freude. Ich denke, ich kann mich präuchten, und ich kann mich präuchten, das mit anderen, die auch präuchten sich präuchten. Du hast so viele Spontaneuze Gespräche. Es hat meine Perspektive auf so viel verändert. Ich möchte lernen, was außerhalb meiner Bubble ist. Alle hier glauben sehr stark, in was Lester B. Pearson ist oft quoted, zu haben gesagt, wie es gibt, wenn man sich nicht kennen, oder einen einen haben. Wir haben Menschen von mehr als 90 anderen Ländern. Aber es ist nicht so wie eine nationalität die mich interessiert. Es ist, was die conversations können wir haben, wenn wir zusammenbringen, zusammenbringen, mit anderen mit einem anderen Menschen, mit einem anderen Menschen, mit einem anderen Teilen oder Teilen oder oder Teilen zu lernen, zu lernen, zu lernen, über die impacte, unsere extra consumption hat, damit wir eine complete overview von von Menschen, wie ein Mann, wie ein Mann, das kann man wie ein Ich denke, es ist sehr schön, dass es sich mit der Natur verbunden ist. Es kann eine sehr gute Erinnerung sein. Du bist mit der Natur und du gehst aus deinem Tent, und du riechst das Morgen. Es ist so cool. Ich denke, es ist ein sehr diverser, inclusiver und interessantes Ort. Ich fühle mich hier, und ich fühle mich so viel von anderen Kulturen, als ich noch nie erlebt habe. Und ich fühle mich auch, ich fühle mich auch mehr über meine Kultur. Ich denke, es ist ein Ort, wo wir wirklich darüber nachdenken. Ich habe nach Hause nicht nur in diesem Ort, aber auch in den Leuten. Das macht mich sehr stolz, von meinen Peeren und von mir, und von mir zu sein, Absolut. Und es ist eine Sache, die uns gezwungen von Unternehmen auszulegen. Das ist die große Stauber-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. Und es ist eine tätige, für eine große Stauber-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. für meine Studenten. Robert Bosch College ist adventurous. Für mich ist es responsabilität. Herankonnende. Opportunität. Ja. Dekuvert. Community. Soufflechist. Gemeinschaft. Üreträume. Liefsändrinne. Desafiador. Katzen in Belgien. Zuhause. Esperanza. Untertitelung des ZDF. W102 Mexico-Nom. Einwohnerpäckl. Paralysa. Der Körper sitzt. Wie lavtien und Holger Böerleicht. Wie lavtien? Wie lavtien und Holger Böerleicht.